To my left? Ja, left hallway. Digga, der war so close und hab mich woanders gehört. So erschrocken, Alter. Ich auch, Digga, der war ganz woanders eigentlich. Im Gehör. Ja, aber ich hab grad den Tramp-Scape bekommen. So zusammengezogen. Ich hab ehrlich gedacht, ich hab den woanders gehört. Ich hör so einen Step. Ach, da hinten ist der. Junge, ich war so halb wach, auf einmal steht er vor mir. Obwohl ich da zugucke, hab ich mich erschrocken. Hab ich selber auch erschrocken. Asami Wende auf Catwalk. Ich kann nicht mehr, wird's noch unranked. Ich hasse, ich hasse diesen Spieler da an der Ecke. Bro, Asami. Hey. Oh. Digga. Einmal gegern à la Asami-Spieler. F***, der hätte ich haben können. Der ist noch im Spawn hinten. Mit Krieg, den könnte ich mir holen. Nein. Da geht's. Ach. Construction, push. Kann ich's halt. Oh, no. F***, Bro. Oh, yeah. Construction, watch out. Construction. Der weiß nicht von wo. I think an A maybe. Digga, der muss so verwirrt sein. Der weiß nicht von wo die Schütze kommen wegen dem Scholli. Schalldämpfer ist so f***ing gut. Genau. Schwanz? Schwanz? Da ist nichts, Garage. Hä? Der Mann hat etwa 1 HP. Okay. Now I have problem. Nice. The last one is, I think, A. Let's go, Bro. Ripped. Nein, Bro. F***, das wär süß gewesen. Der hätt ich vorher Echoen sollen, vielleicht. Yes. Er rennt einfach. Er ist on ping, on ping, on ping. Close left. Holy smokes. Bang-Gam-Linses. Dicke, der hat mir fast ein 360 gegeben. Oh, man. Ich hab's gesehen, ne 180 meinst du. Noch einer oben. Ja. Und runter. Digga, die drehen sich bei allen Rücken zu. Rot. Der müsste... Da fängt jetzt ein Blue Hedge. Oh, was? Den Kill hab ich nicht verdient. Ne, oder? Ah, ging. Ich dachte, du hättest den links gewollt. Ich dachte, du hättest den links gewollt. Du hättest den links gewollt. Du hättest den links gewollt. Hör aufs. Inshot, inshot, inshot. Du hättest den raus. Bist du sicher? Ja. Den kannst du zerführen. Ja, aber wenn der erst weiter oben ist. Ja. Oh, der kommt gleich rein, glaub ich. Dann zieh ich den von unten. Ja. 20 Sekunden, die müssen gleich rein. Ja. Digga, das Pulsgerät ist voll nicht weit. Das sind einen Meter oder so. Na ja. Ja, das glaub ich. Oh, ey. Transport jetzt. Da ist, äh... Bailyard drüber. Kacke. Siehst du den von der Planted? Ja, Planted auf dem Bailyard-Table. GG. Hast du inshot? Irgendwo gehen. Glaub ich. Oder der liegt da. Grab den einer. Was ist das? Was? Du hast mich inshot. Bro. Du hast mir inshot gecallt. Der ist full HP. Ich hab dir vertraut, Junge. Ich... 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 Ich weiß nicht. Bro, die Sounds! Mach mich grad fertig! Junge. Ich bin auch nicht grad richtig fertig. Einer im Blue gewesen. Kann sein, dass der wieder Garden ist. Ne, im Blue noch. Nevermind. Nein, Bob. Digga, die haben mich so umzingelt die ganze Zeit. Holy shit. Du willst hier pieken. Du willst es. Du willst es. Du willst es. Du willst hier hochkommen. Du willst aufs Dach gehen. Und dann zum Bad zum Hedge. Und den aufmachen. Weißt, was du willst. Alter! Wieso weiß ich so viel? Ich glaub, die haben geplantet. Da oben wird keiner mehr sein. Bro, wir müssen runter. Einer. Direkt unter mir. Ja, mach Hedge und dann... Oh, der ist weg. Oh, der ist weg. Oh, der ist weg. Geplantet. Was ist das denn? Was ist das denn? Hast du das mal geschafft? Ich hab das noch nie geschafft irgendwie. Ich bin hier oben. Noi. Wolltest du? Oder wärst du einfach? Ich hab das kümmer gestritten. Okay cool. Geil. Da war ich. Ah ja, war cool. Cooler Spot. Cooler Spot, Philipp. Was? Merk ich mir. Cooler Spot. Ist unsere Amaro schon drin? Chill mal, unsere Amaro schon drin. Keine Ahnung. Philipp, pass auf. Einer könnte Luggage kommen. Oh mein Gott. Komm, 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 komm. My Rook is down. Der darf nicht aufstehen. Oh nein. Das fängt an. Ich stimme. Ich stimme. Reden wieder. Was? Nice. Ne, hab ich nicht. Persönlich. Hab ich noch nicht. Ist gemütet. C4. Der Puls ist so close. Warte mal. Ich kann nicht stunnen. Glaube, ich habe gefunden. Hä? Ich dachte, die waren Puls. Es waren Bandit. 10 Euro. What? Ich hole grad nicht. Oh. Philipp neben dir. Philipp neben dir. Philipp neben dir. Ich hör schon Stimmen. Die Stimmen. Ich glaube, einer ist hinter uns. Boah, Digga. Was ist das für ein Match? Oh, die Overtime. Die Rüge. Lass mich die 20 Kills voll machen. Gibt es eigentlich Bock einfach rein zu heaten? Mach mal. Oh my god. Mach mal nochmal. Stop. Mach mal nochmal. Und ich heate rein. 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 Nein, an der Dohr. Ich heate rein. Ich heate rein. Ich heate rein. Ich hätte jemanden noch Simulets spielen müssen. Ich hätte jemanden noch spielen müssen. Wir wurden collabored. Wer ist der? Wer ist der? Der ist der? Zickzack links auf die Aroni. Dann fliegt nach rechts auf den Mute. Easy. Er liegt. Die hab ich auch nicht gesehen. Die war sogar in den Camps da. Wieso geht man denn? Wenn du einen Meter neben dem Gegner stehst, liegt sie in die Camp. Oh, es geht nur bis vier. Ja, das ist Standard. Das wird Spaß. Warte mal, kann ich hier nichts zu machen? Warte mal, warte mal. Ich habe eine Idee. Hier drüben noch zu. Voll die Idee. Guck mal, guck mal. Oh, voll die Idee. Alter. Nein, weg, Kali. Junge! Weg, 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 weg! Leg dich auf! Nicht im Line of Side, Junge! Auch vertrau mir. Wie llad! Mach weg! Weg! Geh ab! weg gehöre ich. Schriftloch! Digga! Junge, hier ist extra eine Shooting-Rage zu machen. Oh, letzter hier. Nein, das Free-Feuer hat mich geholt. Ich muss den ersten Schuss rausbilden, damit ich wissen, wie wir sind. Wer hat er? Geht runter am Truck. Der mit dem roten Truck. Das macht ihn kalt für mich. Au! Sei doch leise! Oh, noch einer? Noch einer? Wo? Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie weit er ist? Nein! Nein! Kill den lieber! Jan ist ganz, ganz weit hinten. Ja, stimmt. Der ist da hinten hin. Boah, ich kann es gar nicht pingen. Okay, gut. Bro, ne Mira! Wir haben... Wo? Ich hasste mehrerspieler einen fucking unranked. Das ist... Oder casual. Das ist... Dieser Blitz zu gewinnen. Wechseln! Was war da? Das ist legit nicht. Digga an der Ecke! Der lag da die ganze Zeit! Und habt ihr gesehen, was Team an seiner Stole ist? Ja! Hat er irgendwie zwei Remouladen packen und drauf gemacht? Ja! 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 Ja!